Oder hast du ein Problem? Ähm... Counter-Rass... Ähm... 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 Das übersetzt mich einfach mal nicht. Oh Gott! Kampagne gegen Rassismus. Ähm... Ausländer... Wichtige Nachhaltung für Ausländer... Minister... Ministerium? Nee, Minister für Auswärtige Angelegenheiten. Ähm... Hat ökonomische Sanktionen Südafrikanische Republik, äh... Welche an der rassistischen Politik verfolgt, verhängt. Ähm... Hm... Sollten wir interagieren? Ähm... Jetzt scheunen wir mal den Sanktionen. Süßdisch geht gar nicht. Das können wir gegen uns sein. Die wir da auch integriert haben. Ähm... Das... Sie im Feld... Oder scheidet oder geht unter. Oh, das neue... Oh... Die haben jetzt freie Wahlen. Das ist... Das ist nicht so gut. Äh... Halt... Globus. Ähm... Wo liegt dieses Kack-Land? Die haben jetzt freie Wahlen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Wir wissen noch alle, dass das nur dazu führt, dass sie dann... Hä? Moment, Gabor. Ah... Puzole liegt in dieses Kack-Land. Nika, Nigeria... Ghana... Das kann ich nicht anklicken, was dazwischen liegt, weil... Warum auch? Oh Gott, ich finde nicht mehr dieses Scheiß-Land. War das Südafrika? Echt. Aber ich bin neutral. Ähm... Ich speichere mal, bevor ich da noch irgendwie mehr Scheiße baue. Oh Gott, ich darf noch mehr Entscheidungen treffen. Man darf mich keine Entscheidungen treffen lassen. Kongress des südafrikanischen Handels-Union. Äh... Einschließe die 21. Handels-Union. Äh... Wurde verkauft. Okay, lasst mir den Scheiß. Äh... Wo war ich jetzt? Wurde kürzlich... gegründet. Achso, die wurde gegründet. Alles klar. Das ist die größte Vereinigung der Handels-Union in Südafrika. Fuck, ist das herrlich. Das ist eine gute Chance, unsere Einflüsse zu erhöhen. Uh, oh, okay. Ähm... Kreis im Sopran... Volle Support, hallo. Also, wenn ich über erhöhten Unterstützung von unserer Seite und westlichen Sanktionen... Ähm... Vielleicht soll ich das jetzt wirklich... Ich fange schon wieder an, Sätze teilweise zu übersetzen und dann Scheiße zu laden. Äh... Und so, nicht dauernd... Waffen... Turning to an friedlichen S... Vereinigung, äh... Uh, ein Abkommen... In den kommenden Wahlen, es kommt noch eine Partei, Leadpile... Victory of... Der Sieg der... Ach, der glorreichen... Sehr gut. Ah... Ja... Bin schon gut, ne? Mach hier halt einfach mal so... Oh, die Zeit vergeht wirklich, deswegen... Ähm... Explodiert nicht gleich irgendwann Tschernobyl... Bin mir nicht sicher, wann jetzt Tschernobyl noch mal explodiert. Hm... Sowjetische Militärbasis... Irak, Syrien, Afghanistan... Soll ich da mal irgendwas tun? Gives den Weapons... Yeah, Weapons... Ist hier nicht auch irgendwo China? Ähm... Das ist, glaub ich, China... Ja, ja, könnt hinhauen... Ähm... Ah, und das ist Nord- und Südkorea... Ich find's immer noch schön, dass bei Deutschland einfach mal Policestaat steht... Äh, Polizeistaat... Ähm... Vierhundert und mehr... Wie viel hab ich denn aktuell überhaupt? Ähm... Minus 15... Ah... Natürlich, ähm... Ähm... Habe ich einen linken Flügel... Ich hab auch keinen linken Flügel, ne... Ähm... Jetzt zieh' ich denn noch mal was... In dieser Struktur klingt wichtig... Und... No, ich... Ich kann keine Fünfer verteilen, warum nicht? Komische Sache... Gut... Die Kru... Die Krusche... Wie ist... Was ist das denn schon wieder? Ähm... Verschuldig zu sprechen... Die Stalins... Die Stalins... Die Stalins... Nation... Ähm... Der Partei... Ähm... Zum Tod hat eine... Äh... Wehab... Da fehlen immer wieder mal Buchstaben... Hat einige der Stalins... Engen Beratern... Dehabilitiert... Zum Beispiel Molotow... So würden wir das fortsetzen... Hm... Niemand... Möchte... Niemand möchte den Personenkult wiederhaben... Alles geht normal weiter... Boah... Pass... Gott, ich kann ständig... Achso, Ende dann... Ah, dann geht die Zeit, glaube ich, weiter... Ähm... Was ist Josef Mengele? Er found... Ah, der wurde in Brasilien gefunden... Ähm... Reden wir mal über den brasilianischen Führern... Ähm... Zwischen den offiziellen... Gesprächs zwischen UNSR und Brasilien... Was durch uns organisiert war... Ähm... Drogen auf... Kampf gegen Faschismus... Ähm... Ähm... Ja, Geschmack... Vereinbarungen zwischen dem Kampf... Gegen... Vereinbarungen... Kampf gegen den Faschismus werden unterzeichnet... Und einige Fragen wurden diskutiert... Also, jedes Mal, wenn ich da draufklicke, geht es weiter... Ah, jetzt habe ich es verstanden... Ähm... Ökologie ist irgendwie scheiße... Opposition 0,9... Ich habe doch gar keinen Left-Ride-Wing, oder? Ja, die sind schön loyal... Das reicht noch... Ähm... Luxury... Hätte ich nicht... Die waren ja nicht sonderlich präzise, ne? Äh... Apropos nicht sonderlich präzise... Ähm... Mhm... Mhm... Die Option ist relativ gering... Ich könnte mal die Steuer auf 4% erhöhen... Ist das eine gute Idee? Ich mache es einfach mal... Ich speichere vielleicht einfach mal... Es ist immer auf demselben Spielstand, ne? So... Was mich zum nächsten Punkt bringt... Nein, nicht dahin... Ja... Wir haben immer noch recht... Cool... Zuspruchsraten... So... Mal gucken... ICBM... Ja, das passt schon... Ich finde irgendwie die Mischung... Dass das... Römische Einsatz ist... Finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig... Ökologie sollte mir mal ein bisschen was investieren, glaube ich... Waren wir das noch? Sieht nur halb so schlimm aus, wie es wirklich ist... Vielleicht noch eine Kleinigkeit gegen Korruption... Korruption... Ähm... Korruption... Korruption... Ähm... Ökologie... Das kann ich mir gar nicht leisten... Ich habe nur 14... Ökologie... Ähm... Gut... Ähm... Nee... Nee... Ist denn jetzt hier... Support für Ökologie... Oder kämpfe ich gegen die... Ich kann ja leider kein... Ich hoffe auch, dass die Musik nicht irgendwie zu problematisch ist... Ähm... So, das haben wir irgendwie... Ne Vermögen... Ja, die wollten ein Vermögen dafür... Möhm... Ja... Möhm... Kossk-Camp... Also... Kann ich die... Oh! Erfolgreich! Hey... Toll, ähm, das war jetzt einfach, ging überraschend einfach, ähm, ja, sonst irgendwie ein Wrong, danke, ähm, kann ich das vielleicht sonst irgendwo machen, erfolgreich, ohne dass irgendwas Wrong geht, so, das ist schon, okay, also das Zeichen heißt, dass sie schon dabei sind, sehe ich das richtig, bin mir nicht so sicher, am, loyalty 109, head of the republic, jawohl, christian, geht, legion, Hm, also entweder geht das nur einmal, oder ich hab, nee, hm, ich hoffe, die Musik macht nicht irgendwelche Probleme, Äh, oh, USA, Handphone, ne, hm, hm, es wird ewig dauern, bis, ne, es wird nicht lange empfangen, Autofenato, hm, hm, Autofenato, ja, ich nehme nicht da, dass ich die, ah, ich kann hier, hm, hm, na gut, Kann ich wohl auch nicht tun, okay, ähm, dann machen wir aber weiter, ich bin komplett überfordert, aber, Beschleunigung, Genosse, unsere Wirtschaft stagniert, und, einige Kameraden, schlagen Aktionen vor, äh, einige, was wollen, eine, eine Beschleunigungspolitik, oder, beschleunigte, Politik, Vorschlag, implementieren, oh, Importe, Größere, Größere, Budget, und, offiziell, Problem, so gut, eine, andere, desto anderes, Methode, Disziplin, kann, jeweils, Genenco, abgebrochen, ey, Die Stopp wurden, hmm, Altmal, Importe, Hmm, hmmm ne hmmm ich mach mal oh wie kein Do-It hat kein Fenster so irgendwie kann ich es nicht auswählen oder ich probiere es lieber nicht aus neu für Sowjetan wir gehen eine Kampagne gegen die Opposition und polizielle Verräter und die Partei wird gesäubert jawoll Preis 41 sehr gut find ich gut Profit 0 klingt jetzt nicht so geil ähm oh ah Moment ich hab hier nichts also bin ich konservativ stimmt ich hab konservativ gewählt ne ich kann meine eigene Statistik mich nicht mehr erinnern das ist großartig ich hab's drauf ich weiß auch genau was ich tue das ist schon mein Eigentum wie es aussieht aber vielleicht kann ich das nur einmal pro Zug machen das so natürlich also dass ich die hm das ist die Power achso ah ich muss erst ah ok Moment hat mich das jetzt auch minus 50 sehr gut ähm das war das war jetzt wahrscheinlich nicht so die cleverste Idee aber passt schon man muss ja auch mal was investieren einfach mal willkommen ähm ok ok das mit den Zivil-Aid warten wir vielleicht nochmal ich glaube auch irgendwie dass die hm ähm was die die wollen mich nicht was brauche ich denn da böser sie kommen also USA have to fall ähm ich richte mir überall Militärunterstützung ein was soll schon Schlimmes passieren also dass ich vielleicht äh irgendwann gleich ganz viel Kohle zahlen darf und die Leute toll angepisst sind ähm aber hey ich ich hab grad keine militärische Stärke mehr ich hab die alle ausgegeben Power-Army 59 ähm wenn der wird auch nur größer 40 oder? gibt's denn Weapons? äh Kaschmir mein scheiße was war das jetzt für ein fuckland das ist Iran das ist den Kaschmir Bangladesch Indien? Gott ich hoffe die Musik ficken ich bin mir nicht so sicher was ich gerade tue wirklich nicht wirklich nicht mhm die Musik wird mir wahrscheinlich später noch ficken und aber ich hab doch große oh ich hab keine politischen Punkte mehr ähm ich sollte aufhören so eine Kohle auszugeben sowjetische Schwäche ähm Martin Rast Russ hast noch mal Matthias Rast jetzt ich hab Pilot ähm illegalerweise wo Roden das letzt quer gelandet ist sollte man das letzt quer oder ich glaube das spricht man mit einem eigenen Namen ähm Steigungsminister DT DT Jajotsov oh Gott sag die andere Ehr-Division verbrachenden Flug nicht komm machweil nach dem Südkoreen Inder äh Flugzeug und ähm Unfallunglück ähm ne hier ist nicht unser Wort der Name der Name von dem anderen Wort Zwischenfall äh wahnsinnig verlaubt ähm zivile Air Flugzeuge natürlich Air-Flugzeuge hm äh Chicago-Kommission laut allerdings nur Land und leichten Sportflugzeugen ähm sehr Gott deutlich Härte zu zerstören ähm einige sagen unsere Generäle und Marschelle Marschalls sind nicht personell genug zu stoppen sind die Flugzeuge stoppen während sie irgendwie jetzt die andere Systeme zu gedacht ist äh Tacken zurückzuschlagen was schweren Schaden Land verursachen keine Gruppen ist nur ein bisschen peinlich unsere Wirtschaft ähm kann keine Abwehr